hallo und herzlich willkommen zurück bei let's play kkk mt2 auf einmal gar keine karte okay aber gleich so wir sind wieder in diesem schönen wasserlevel nach hinten gut verteidigt gar nicht ihr seht schon sehr schlauch für mich eigentlich keiner normalerweise gar nicht von hinten kommen oder sollte eigentlich nicht oder doch noch eine sehr schöne farbe mir gerade auffällt das blau erhebt sicherlich sehr hervor auf dem wasser wir wollen als allererstes als erstes sich mal zwei laserzäune sucht und zwar hier anlage online so kommt leser zu anlage leser ton hier die normale sie haben ihnen sie haben ihn anlagenintegrität gefährdet hier ist nichts gefährdet glaubt immer davon wüsste ich als erster anlage online so perfekt und jetzt so möchten wir die großen wind fallen die können wir mal schön nach hinten bauen und die sind um einiges günstiger bei der serie 9 ach du scheiße jetzt langsame geschwindigkeit weil sonst könnt ihr nicht ausbrechen das ist ja eine nette verstärkung mal für den gegner wunderbar das er wusst hätte empfangsbereit und wo landen die so rein aus informationsgründen meinst du mich geschaltet das ist nicht lang hier drauf die kommen doch wieder abgucken ne die landen hier drauf ok ist klar mehr wollte ich nicht wissen wenn das öfter passiert stehen hier zwei flachs das könnte mir aber glauben meinst du mich instruktion wird ausgeführt äh ok wir brauchen erstmal die wind fallen benötige input bestätigt benötige ingeschaltet empfangsbereit instruktion wird aus meinst du mich befehl initiiert empfangsbereit befehl initiiert bestätigt bestätigt meinst du mich befehl initiiert so leute doch jetzt drehen die noch so dass er direkt in mein lager fallen empfangsbereit starte gut jetzt konnte er den abschließen genau meinst du mich meinst du mich das ist ja perfekte feuer befehl initiiert so da habe ich doch eine tolle idee jetzt bauen wir mal die windfalle fertig anlage online upgrade eingeleitet das ihnen so einen spaß macht upgrade eingeleitet ist ja kein problem kann er haben upgrade erfolgreich ich will eigentlich erstmal wind fallen ja ich versuche erstmal windfall fallen zu bauen naja kriegen wir schon hin so feuer so ich schneide mal kurz so bewegungsdaten empfangen habe jetzt ein paar windmühle gebaut soweit sind wir und wir haben hier eine menschenfabrik wir sind nämlich auffallen wir hatten gar keine habe hier alles aufgerüstet und er hat weiterhin von hier verstärkungen bekommen und jetzt will ich erstmal als erstes gucken ob wir hier überhaupt landen können aber sieht dann geht weiter noch aus ne online antrieb gestartet er will hier nicht landen empfangen endere position endere position bewegungsdaten empfangen online dem richter hat uns damit eingeleitet benötige input bestätigt und uns für drei flachs hin und gut ist erwarte befehle bestätigt online bewegungsdaten empfangen so upgrade eingeleitet dann schauen wir mal upgrade erfolgreich als allererstes werde ich erstmal unsere Hauptinsel wieder richtig sicher machen sprich hier mal ein lasertum empfange antrieb gestartet wir werden zäune bauen auch wenn da sowieso nichts kommt online transfer eingeleitet okay das kann ich auch alles offscreen machen das ist wieder mal relativ langweilig bis gleich so zumindest die verteidigung steht jetzt hatten wir ein bisschen dauert die vier lasertürme zu bauen übrigens empfehle ich so wirklich nach unten zu stellen alle vier weil von oben da kann er wirklich uns nix an ja sieht doch ziemlich nach guter verteidigung aus oder denke ich mal so wir haben jetzt die maximalstufe jetzt habe ich angefangen eine artillerie zu bauen des weiteren baue ich gerade einen flieger damit wir mal die karte ent äh äh frei machen können also sehen wir uns gleich wenn der flieger fertig ist bis gleich achso übrigens der kommt hier weiter von links mit der verstärkung ab und zu das ist jetzt bestimmt schon dreimal von daher macht es sinn dass hier flachs stehen die haben noch nicht mal einen rang naja ok wird sich nur ändern bis gleich so und der flieger ist fertig bewegungsdaten empfangen antrieb gestartet wir schauen nochmal was die Insel hier noch bietet antrieb gestartet antrieb gestartet das ist also sein geheimnis transfer eingeleitet nicht mehr lange zumindest transfer eingeleitet bewegungsdaten empfangen transfer eingeleitet bewegungsdaten empfangen antrieb gestartet gestartet transfer eingeleitet doofa position transfer eingeleitet bewegungsdaten empfangen antrieb gestartet ach du schrägert macht ja empfangen das war doof äh egal das Grundprinzip haben wir verstanden hier hinten das Lagerkommand war sowieso als letztes drum also es ist wurscht dass wir das jetzt nicht geschafft haben komplett aufzudecken ähm toller Plan nicht umgesetzt weil er nicht rumkommt wo doch sag jetzt nicht der fängt jetzt an dadurch dass ich ihn entdeckt habe um zu fliegen wäre mir auch egal ich beschiss die nie von der insel wenn das funktioniert ähm online hat er hier noch irgendwas was laufen könnten nein ähnliche Position verbunden das ist die Artillerie verbunden ähnliche Position obwohl wir das natürlich rein theoretisch hier auch mit einem Bomber machen könnten erwarte Instruktionen ähnliche Position jetzt habe ich noch ein Artillerie und gutes guck mal ein Bomber auf Vorrat bauen erwarte Instruktionen nett antrieb gestartet verbunden zerstören verbunden verbunden transfer eingeleitet hier fehlen mir noch drei erwarte Instruktionen zwei der wird wahrscheinlich sowieso mal repariert werden online es kommen einen noch ich habe irgendwas immer Elektrozaun klingeln erwarte Instruktionen ja hier fährt irgendwas los egal antrieb gestartet beeindrucken oder doch mal sehen transfer eingeleitet bewegungsdaten empfangen also Gruppe 1 antrieb nicht zu nah ran kein friendly Feuer und Feuer so und ihr drei kümmert euch darum dass der hier nicht rumkommt ausschalten auch da reichen zwei oder oder sogar einer erwarte Instruktionen schalten okay der eine kümmert sich darum dass hier keiner hier perfekt klappt doch empfange zerstören stellt euch bloß nicht in das doofe Feuer rein ja gut die Insel ist jetzt nur nicht so krass dass ich die Umwelt habe ich weiß es nicht ihr könnt es sich wirklich leisten hier noch Bordtürme zu bauen ändere Position bewegungsdaten empfangen erzähl mal wie du hierher kommen willst bewegungsdaten empfangen ausschalten erwarte Befehle geschaltet bloß nicht zu weit rein theoretisch hätte ich alle in stadt a zu der jungen schnitt da bauen können empfangen so schaffte das kriegt er den verbunden das ist doch was sich schnallt man das ist ja gerade ein bisschen langweilig dass ich hier die Insel störe die sich gar nicht wehren kann übrigens mal zur Info nachdem hier nur noch zwei von den Kollektoren waren hat er es nicht mehr geschafft hier regelmäßig Reparatureinheiten nachzubauen da ging sein Geld dann herunter so hier kommt noch einer und hier noch einer geschaltet benötige Infrastruktur wird ausgestattet bestätigt Wollte auch ein bisschen mit mir spielen oh der hat halt ganz schön was ausgeralten muss man mal jetzt erwarte Instruktionen hätte ich nicht gedacht Antrieb gestartet hätte ich nicht gedacht ey 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 was zur Hölle ist das ist ja eine Hinrichtung das geht ja gar nicht erwarte Instruktionen tja hätte ich das gewusst wo meinst du mich? bestätigt Instruktion wird ausgeführt empfange endere Position erwarte Instruktionen erwarte Instruktionen endere Position endere Position Belegungsdaten empfangen ab nach oben empfange ist das heftig ob alles runter bitte jetzt hat boah empfangsbereit das gibt es ja nicht geschaltet meinst du mich empfangsbereit meinst du mich Befehl initiiert ich habe vielleicht sechs lager im han 다음에 listings Hohoho, der Luftkrieg, geil. So, jetzt bin ich gespannt, was hier alles kaputt ist. Anlage offline. Hohoho. Okay, es ist weniger Schaden verursacht worden, als ich angenommen hätte. Den wollen wir mal wieder da hin. Genauso wie das. Und jetzt will ich diese Insel haben. Oh, wir haben hier was vergessen, fällt noch auf. Oh, erst mal. Erst mal das hier. Ne, 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 ne. Ich räume hier nochmal kurz auf, bis gleich. So. Erschalter. Erwarte Instruktionen. Und hier, das was ich hier vergessen habe. Erwarte Instruktionen. Das heißt, ich vergesst nicht, was ich nie mehr machen konnte. Bewegungsdaten empfangen. Hol ich jetzt auch nach. Online. Antrieb gestartet. Erwarte Befehle. Eliminieren. So, bis gleich. So. Empfangen. Instruktionen. Ohne rein hier. Bewegungsdaten empfangen. Transfer eingeleitet. Erwarte Instruktionen. Ja, das könnte was werden mit den... Ja, ja, aber das könnte funktionieren. Ändere Position. Verwunden. Das ist nicht jetzt. So, du musst irgendwie... Erwarte Instruktionen. Endere Position. Empfangsbeleche initiiert. Erwarte Instruktionen. Erwarte Instruktionen. Wollt hier landen. Antrieb gestartet. Antrieb gestartet. Hab ich jetzt einfach festgelegt. Du kommst doch hoffentlich irgendwie durch. Ne. Erwarte Instruktionen. Empfangen. Bleibt mehr eingeleitet. Oh. Empfangen. Ändere Position. Bewegungsdaten empfangen. Empfangsbereit. Starte Wutprogramm. Verwichten. So, was schafft er? Genau. Jetzt kommen wir die Artillerie nach. Und die ja gar nicht mehr existiert. Stimmt ja. Dann bauen wir halt ne neue und in der Zeit könnt ihr die Zäune zerschließen. Erwarte Befehle. Befehl initiiert. Bis gleich. So, weiter geht's. Erwarte Instruktionen. Verbunden. Ändere Position. Online. Zerstören. Erwarte Befehle. Der wehrt sich gar nicht, wa? Ha. Perfektion. Empfangen. Schießt du noch? Verstören. Verbunden. Bewegungsdaten empfangen. Erwarte Befehle. Erwarte Instruktionen. Bewegungsdaten empfangen. Ziel erfasst. Und schießt auch mal. Ey, kann ja nicht sein, dass er jetzt hier nachlädt. So, so. Eliminieren. Ah, okay, der fliegt zu meinem Lager. Ich hatte schon Angst. Verbundene Position. Benötige Input. Wenn das Ding weg ist, dann wird der Spaß erst anfangen. Na, schauen wir uns das mal an. Obwohl, ihr müsst das nicht ertragen, hier die 5 Stunden Nachladezeit. Also das spare ich euch. So, 15 Schüsse später. Achtung, Ölvorrat knapp. So. Benötige Input. Instruktion wird ausgeführt. Eliminieren. Eliminieren. Starte Wutprogramm. Eliminieren. Starte Wutprogramm. Ach, diese Laserschützen sind schon cool. Aber die kosten auch 600, das Stück. Unglaublich. So, und jetzt werde ich meine ganzen Flags da rausholen. Die werde ich hier schön auf die Insel stellen. Dass, wenn der los will, immer über meine Flags rüberfliegen muss und das schön nicht überlebt. Das Flag rumgefliege werde ich auch ausgehen machen, aber wir gucken mal vorher. Befehl initiiert. Bestätigt. Ob das, was ich mir so denke klappt. Geschaltet. Achtung, Ölvorrat knapp. Starte Wutprogramm. Klappt. Dann baue ich hier so 4 Artilleries rüber. Empfangsbereit. Ja, ich baue mal. Achtung, Ölvorrat knapp. Hier stelle ich eine Reihe von Artillerien auf und ich hole meine Flags rüber. Das mache ich jetzt auf Screen. Bis gleich. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wie viel wir schon aufgenommen haben und das ist eigentlich genug für den Part. Ich sag mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn dann alles da drüben steht. Bis dann, euer Nobby.